Es geht um ein kleines Mädchen namens Sini. Sinis größter Traum ist es, mit einem Blauwal zu schwimmen. Weil der Blauwal ist das größte lebende Säugetier auf diesem Planeten. Und ja, es ist was Unglaubliches mit diesem Wal oder mit diesem Tier schwimmen zu können. Weil wer macht es schon? Oder wann kann man das schon erleben? Und ich habe irgendwie immer öfter Bilder von diesem Traum im Kopf gehabt und habe das Ganze halt dann auch ab und zu mal versucht zeichnerisch umzusetzen. Und ja, es war für mich einfach eine Herausforderung als Künstler und als Zeichner. Und ich dachte mir irgendwann, hey, lass uns einfach ein Buch draus machen. Also erst einmal glaube ich, dass es auch die Erwachsenen ganz schön finden. Weil es ist nicht nur eine Geschichte für Kinder, sondern auch eine Geschichte für Erwachsene. Und ich glaube, dass dieses Buch Kinder und auch Erwachsenen beflügeln kann und auch wieder dazu führen kann, dass sie an ihre Träume glauben und vielleicht sich auch mal überhaupt bewusst machen, was sind eigentlich meine eigenen Träume. Ich glaube, es ist ein Buch bruide. Ich hoffe, es gibt es ein Buch für kleine Schmerzen. Und ich glaube, es war auch Feuer. Weil Sie so sind, dann darum admissioniert das Buchstaben. Und wir haben, was Olympisch für die Erwachsene zur Wahl ist. Und ich glaube, es ist zurück, dass ich mich vor. Untertitelung des ZDF, 2020